Machen Sie Ihr Spiel, heißt es seit 1949 in der Sylter Spielbank. Und die Kugel rollt auch weiter im Casino. Die Gemeindevertretung gab grünes Licht, der Pachtvertrag, der Ende 2018 ausläuft, wurde um weitere drei Jahre verlängert, bis 2021. Da die Zentralisierung der Inselverwaltung noch nicht in Sicht ist, kann der Spielbetrieb im Rathausgebäude in Westerland weitergehen. Das gibt den Verantwortlichen Planungssicherheit, die Arbeitsplätze der Casino-Mitarbeiter sind gesichert und der verlängerte Pachtvertrag lässt Raum für anstehende Investitionen in der Spielbank.